Ja, herzlich willkommen zu meiner Session mit dem Titel Ein reibungsloser Umzug von Azure Functions. Wenn man das Wort Umzug hört, dann fragt man sich natürlich als allererstes, von wo nach wo? Und bei uns geht es darum, dass wir Azure Functions aus einem Kubernetes Cluster nach Container-Apps umziehen. Dann wird man sich jetzt auch vermutlich die Frage stellen, wie kommen überhaupt Azure Functions dazu, in einem Kubernetes Cluster zu laufen? Und deswegen werden wir diese Frage zuallererst beantworten. Das ist nicht ganz gewöhnlich, dass man das so macht. Und es ist aber ganz spannend, wie wir dazu gekommen sind. Erst ein paar Worte zu mir. Das heißt, wer bin ich? Ich bin Christian Leinweber. Ich arbeite als Principal Architect bei Malbern Wolf, dort vom Standort Hamburg aus. Und ich persönlich baue mit meinem Team oder auch mit mehreren Teams am liebsten Cloud-Native-Anwendungen. Persönlich gerne in der Azure Cloud. Darauf habe ich mich die letzten Jahre spezialisiert. Und wenn ich so an meine letzten Projekte zurückdenke, glaube ich, die allermeisten waren in irgendeiner Form im IoT-Umfeld. Ganz kurz noch zu Malbern Wolf. Malbern Wolf ist ein Beratungs- und Entwicklungsunternehmen. Und wenn man jetzt mal auf die Slide schaut, dann sieht man, dass sich dort ganz viele Menschen um technische Themenfelder gruppieren. Das heißt, diese Menschen, die brennen für ein Thema, die wollen dieses Thema weitertreiben, voneinander lernen und so weiter. Wir haben zum Beispiel Bereiche zum Thema Data und AI für Mobile-Entwicklung oder auch für DevOps und Cloud-Native. Wenn wir dann Projekte für Kunden machen, dann nehmen wir uns die Menschen aus den verschiedenen Expertisen und bauen uns agile Projektteams. Und das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich tun. Der eine oder andere hat vielleicht schon geguckt, wo bin ich? Das ist einfach zu beantworten. An dieser Stelle, dort bin ich in dem Bereich DevOps und Cloud-Native. Das ist das, wofür ich und mein Team brenne. Das heißt, wir bauen nicht nur Cloud-Native-Software, sondern auch die Plattformen darunter. So, bevor wir jetzt in das technische Thema steigen, gebe ich noch einen ganz kurzen Umriss um die Domäne. Das heißt, eigentlich ist es nicht wirklich relevant, zu wissen, in welcher fachlichen Domäne wir uns bewegen für das Kernthema des Vortrags. Aber ich persönlich finde das immer ein bisschen besser, wenn man auch den Kontext kennt, wo das Ganze eingesetzt wird. Und deswegen fangen wir mal so an. Also, Träger baut mit uns, so wie ich finde, ein sehr spannendes Cloud-Produkt. Träger ist eine Firma aus dem Norden, genau. Und in der Software, die wir bauen, geht es darum, dass es an vielen Ecken der Erde, dort, wo Menschen arbeiten, gefährliche Gase gibt. Und diese Menschen, die nennen wir Worker. Und dort, wo solche Gase auftreten, da gilt es, diese Menschen zu beschützen. Dafür baut Träger seit Jahren Gasmessgeräte. Wie zum Beispiel hier sehen wir ein kleines Gerät, das nennt sich PAK. Und das trägt Mensch direkt dabei, damit, wenn ein Alarm in der Luft ist oder Gase in der Luft sind, die für den Menschen gefährlich sind, dann fangen diese Geräte an zu piepen, also eine Warnung zu geben. Da werden kontinuierlich Messwerte erzeugt. Das Problem mit so einer Warnung oder so einem Alarm, der ist lokal. Das heißt, wenn ich als Mensch gar nicht mehr in der Lage bin, mich selber zu beschützen oder in Sicherheit zu bringen, dann hilft mir der lokale Alarm weniger. Deswegen haben wir jetzt mit der Firma Träger zusammen Folgendes gestartet. Wir haben einen ersten Wurf für ein Gateway gebaut. Hier sieht man so ein Gateway, das war ein Mobiltelefon. Das wird auch dabei benötigt. Und das paert sich jetzt mit verschiedenen Gasmessgeräten. Dann nehmen wir die ganzen Daten. Das sind so etwas wie Messwerte, Alarme, Positionsdaten. Packen das in unsere Cloud-Lösungen. Und auf der anderen Seite kommen diese Daten wieder raus und in einer Karte visualisiert. Und so kann ein anderer Mensch, der für die Sicherheit verantwortlich ist, schauen, wo sind erhöhte Messwerte, wo treten Alarme auf und wo muss möglicherweise sogar für Hilfe gesorgt werden. Das Ganze nennt Träger inzwischen Gas Detection Connect als Plattform für Gasmesstechnik. Und wir haben inzwischen nicht nur das Mobiltelefon, sondern zusammen mit Träger bauen wir auch IoT Edge-Lösungen, um eben weitere alternative Datenströme zu verarbeiten. Wenn ich jetzt die technische Sicht mal hervorhebe, dann ist das immer das, was ich gerne als Architektur-Idee benutze, um das zu erläutern, zu erklären. Das ist kein Architektur-Diagramm. Das würde ich wahrscheinlich eher mit Application Insights automatisch generieren. Das ist eher, um zu vermitteln, wie unser System funktioniert. Und wenn wir jetzt mal links oben anfangen, in der Ecke, habe ich da zwei Typen von Gerätegruppen. Die einen Geräte senden ihre Daten ganz klassisch über den IoT Hub. Das andere hatte ich eben gezeigt, zum Beispiel mit Hilfe von Mobiltelefonen kann ich auch diese Daten einsammeln. Egal welcher Kanal jetzt gewählt wird, am Ende landen alle Daten in verschiedenen Event-Hubs. Also das ist unsere Anlaufstelle, wo die ganzen Daten auflaufen. Auf diesen Event-Hubs haben wir jetzt ganz viele Azure Functions, die diese Daten verarbeiten, transformieren, weiterleiten und so weiter. Ich würde sogar sagen, der Hauptteil unserer Business-Logik befindet sich hier in diesen Event-Händlern, wie wir sie nennen. Was passiert mit den Daten? Diese Daten werden dann weitergeschoben, zum Beispiel in eine Cosmos DB, in eine Timeseries DB, je nachdem, was es ist. Das Ganze bezeichnen wir dann Read Model. Warum? Weil wir versuchen, die Daten schon so aufzubereiten, dass sie von anderen Functions, die nennen wir API Functions, einfach nur noch gelesen werden müssen und zum Beispiel den Frontend zur Verfügung gestellt werden über eine API-Schicht. Auf der rechten Seite haben wir noch ganz klassische Entitäten, das heißt, da, wo ich vom Frontend auch Stammdaten schreibe, verändere, da fließen natürlich auch Daten vom Frontend zurück. Das sind klassische Entities und keine Read Models. Darüber, wie in dem Bild schon zu sehen, gibt es noch einen API Layer, der auch Sachen wie Authentifizierung macht, Rechnemanagement und so weiter. Das gleiche Bild habe ich jetzt nochmal. Das ist eigentlich die gleiche Aussage, aber mit einem anderen Fokus. Das heißt, ich habe links wieder meinen Datenstrom und oben habe ich meine API-Schicht wieder. Aber wenn ich jetzt sehr, sehr viele Azure Functions habe, unterschiedlichsten von unterschiedlichem Typ, dann möchte ich ja eine gewisse Organisation meiner Functions. Und genauso, wie ich früher in monolithischen Anwendungen fachliche Komponenten geschnitten habe, genauso machen wir das auch. In der Mitte habe ich zum Beispiel so eine fachliche Komponente, den Worker, und wir haben jetzt keinen Microservice, der Worker heißt, sondern wir haben eine Gruppe von Functions, die dafür zuständig sind, zum Beispiel den Worker zu verändern. Das sind die Händler, API Functions, um Zugriff auf die Frontends zu geben. Kann auch sein, dass es einen Timer gibt oder sowas in der Art, um Daten aufzuräumen, zu verwalten. Genau. Das Ganze, wie schon rechts angedeutet, läuft bei uns in einem Kubernetes Cluster zusammen mit dem KIDA-Framework. Das war aber nicht immer so. Gestartet sind wir anders. Und zwar, als wir damals losgelegt haben, 2019, haben wir uns mit Azure Functions grundsätzlich einmal auseinandergesetzt. Wir sind damals mit dem Premium-Plan gestartet, nicht mit dem verbrauchsorientierten Plan. Das hatte einen Grund. Und zwar hatten wir die Anforderung, dass unsere Functions in einem virtuellen Netz laufen müssen. Das war zu damaligen Zeitpunkt mit dem Consumption-Plan noch nicht möglich. Also haben wir uns den Premium-Plan genommen und damit die ersten Functions gebaut. Und unser erstes Fazit war, Functions passten eigentlich sehr gut zu dem Use Case für das, was wir machen wollten. Also waren sehr leichtgewichtig erstellt, wenig Querschnittscode mit viel Fokus auf Business-Funktionen, so wie man sich das von Functions wünscht. Allerdings, das, was uns nicht so gut gefallen hat, Functions grundsätzlich, damit sie irgendwo laufen können, brauchen eine Hülle. Und diese Hülle, die heißen Function-Apps. Und das Erstellen und Konfigurieren von Function-Apps, das funktioniert sehr gut, wenn ich einige wenige Functions habe. Aber es entsteht dabei relativ viel infrastruktureller Code. Wir sind damals gestartet mit ARM-Templates. Heutzutage würden wir wahrscheinlich eher Bicep nehmen. Aber ich musste für einzelne Function-Apps relativ viel Infrastruktur-Code schreiben. Und wie gesagt, wenn ich ein paar wenige Functions habe, dann ist das okay. Aber unser System wurde größer und größer und mittlerweile haben wir mehr als 100 solcher Functions in diesem System laufen. Und dort ist natürlich die Wartung und Pflege dieser Function-Apps dann immer aufwendiger. Der zweite Punkt, den wir damals mit dem Premium-Plan hatten, das Lifecycle-Management und das Toolings für einzelne Function-Apps, das war ziemlich toll, das hat gut funktioniert. Aber es hatte immer den Fokus auf einzelne Function-Apps. Und wie so dieser Kasten herum das andeuten soll, eigentlich ist ja die Summe aller unserer Functions ist eine große Applikation, also eine gemeinsame Applikation. Und ich möchte nicht viele, viele einzelne kleine Functions einzeln verwalten, sondern auch mal ein State einer gesamten Applikation. Und dann haben wir überlegt, okay, wie machen wir jetzt weiter? Wollen wir diese Plattform so, wie sie ist, für unseren Use Case nutzen? Oder tun wir was anderes? Was kann das andere sein? Ich hatte es ja schon mal angedeutet. Wir hatten dann einen Weg gefunden, unsere Functions in ein Kubernetes-Cluster zu migrieren. Und wie sind wir damals auf diese Idee gekommen? Naja, Functions grundsätzlich, wie gesagt, fanden wir super, dabei wollten wir auch bleiben. Dieser Premium-Plan, den wir genutzt hatten, der konnte uns zwar diese VNet-Integration liefern, kam aber auch mit einem Bezahlmodell Pay-Per-VM. Das heißt, das skaliert super, umso mehr Functions ich habe, umso mehr VMs werden bereitgestellt. Ich zahle aber nicht für die einzelnen Functions, sondern für die VM. Dann wussten wir damals bei der Planung, okay, wir werden auch für andere Dinge, die nicht in Functions laufen, sowieso ein Kubernetes-Cluster, mindestens eins, haben werden. Und der Premium-Plan, der skaliert mit VMs, ein AKS, skaliert mit Nodes. Und da hatten wir die Idee, naja, können wir das nicht irgendwie übereinanderlegen? Also was wäre, wenn unser ganzer Workload nicht in diesem Premium-Plan läuft, sondern zusammen mit anderen Dingen direkt im Cluster? Und wie es der Zufall so will, zur selben Zeit, 2019, als wir uns mit dieser Idee beschäftigt hatten, wurde das Framework KIDA, das ist ein Open-Source-Framework, für Produktionszwecke freigegeben. Und was man vielleicht gar nicht weiß, das haben wir damals herausgefunden, dass wenn man die Function-CLI benutzt, um Dinge zu deployen oder Functions zu deployen, dann ist sogar, ist damals möglich gewesen, über die Function-CLI Dinge nach Kubernetes zu deployen. Und wenn ich das abgesetzt habe, das Kommando, kamen am Ende alle nötigen Ressourcen heraus, die ich für dieses KIDA-Framework benutzen musste. Und das fanden wir spannend, das wollten wir ausprobieren. Wenn ich das jetzt mal miteinander vergleiche, also wie hat sich das jetzt für unsere Entwickler angefühlt, im Gegensatz zu dem Premium-Plan? Man mag es nicht glauben, aber die Functions in einem Kubernetes-Cluster fühlen sich immer noch an wie Functions. Also es ist der gleiche leichtgewichtige Code, den ich erstelle, es ist einfach zu erzeugen, genau wie vorher. Also nur weil es in einem Cluster läuft, heißt es nicht, dass es jetzt irgendwie sich anders anfühlt, eine Function zu entwickeln. Zusätzlich habe ich einen Effekt, und zwar alle unsere Functions waren auf einmal, klar, weil es im Kubernetes läuft, in Container verpackt. Und Container haben ja Eigenschaften wie, ich kann sie zum Beispiel sehr einfach lokal testen, ich kann Integrationstests in Pipelines bauen und so weiter. Das war einfach ein interessanter Nebenaspekt, den wir herausgefunden haben, der sich aber sehr gut angefühlt hatte im Zusammenhang mit Functions. Und dann auf einmal hatten wir Tools, Open-Source-Tools zur Verfügung, für die Konfiguration und das Management von Functions. Alles Tools, die wir in dem Kubernetes-Ökosystem aus anderen Projekten bereits kannten. Die konnten wir jetzt einfach wiederverwenden. Und diese ganze Konfiguration war auf einmal nicht mehr sehr infrastrukturlastig, sondern viel, viel näher dran an meiner Applikation. Wie ich finde aber der wichtigste Punkt, auf einmal konnte ich eine Klammer bilden um alle meine Functions. Das heißt, es hat sich mehr wie ein Applikations-Ökosystem angefühlt. Ich war in der Lage, durch Toolings wie Helm und Helm-Pfeil Dinge zu bauen, womit ich mit einem Single-Line-Deployment, also mit einem einzigen Kommando, einen Zustand über 100 Funktionen über mehrere Umgebungen synchen konnte. Das war sehr einfach möglich mit den Toolings, die wir da nutzen konnten, in Kombination mit Azure Functions. Aber wie das halt so ist, jede Lösung hat auch Challenges. Und genauso unsere, das heißt Functions im Kubernetes-Cluster, hat da auch Nachteile. Und einer ist offensichtlich, naja, ich habe immer noch ein Cluster. Also ein AKS ist natürlich ein Managed Service, der hilft mir dabei, bestmöglich mein Cluster zu betreiben. Trotzdem brauche ich im Team oder in irgendeiner Art Plattform-Team einfach auch Know-how, um das Ganze vernünftig zu betreiben in einer produktiven Umgebung. Das ist klar. Wenn ich ein AKS habe, bin ich auch für den Betrieb verantwortlich. Was ich allerdings bis heute noch am schwierigsten finde und was dem Team immer wieder Zeit gekostet hat, die richtige Skalierung zwischen Pots und Nodes zu finden. Also, dass ich genau die richtige Größe von Nodes und genau die richtige Anzahl von Nodes habe und die richtige Konfiguration, dass es sich fließend anfühlt, wenn ich auf einmal sehr viele Functions benötige, dass ich nicht an diesen Punkt komme, wo einige Functions einfach auf neue Nodes warten müssen, sondern dass es sehr fließend funktioniert. Und dieses Balancing von der Konfiguration zwischen vertikalen Pots und horizontalen Nodes hat dem Team über die Zeit, wenn wir das Revue passieren lassen, doch hier und da viel Zeit gekostet. Und wie im Premium-Plan auch, ich bin immer noch nicht auf einem Verbrauchsmodell. Also, ich muss immer noch für laufende Nodes, für laufende Instanzen zahlen. Und das waren so ein bisschen die Downsides, die wir natürlich im Zusammenhang mit einem Kubernetes-Cluster haben. Die sind ein Stück weit erwartet, aber wenn ich mit Functions arbeite, sind das eigentlich Aspekte, um die möchte ich mich weniger kümmern. Und dann kamen Container-Apps raus. Und es ist klar, warum finden wir Container-Apps spannend? Weil zum einen der offensichtliche Part, es versteckt die Komplexität von einem Kubernetes-System. Darunter läuft vermutlich noch ein echtes Kubernetes oder was in der Art. Das ist uns als Entwicklerteam aber nicht mehr wichtig. Also wir haben mit dem Betrieb und der Komplexität eines Kubernetes nichts mehr zu tun. Das Zweite, wir wollten ja ursprünglich mit Functions starten, weil wir es sehr charmant fanden, ein Pay-Per-Use-Modell zu haben. Das heißt, ich zahle wirklich pro Aufruf. Das ging damals mit Functions nicht in meinem VNet. Mit Container-Apps kann ich jetzt auf einmal beides haben. Also ich habe ein Kostenmodell, was auf Benutzung ausgelegt ist. Und ich habe gleichzeitig diese VNet-Integration. Und was ich sehr, sehr spannend finde, das Ganze setzt auf auf diversen Open-Source-Lösungen. Und natürlich auch, und das sticht heraus, das KIDA-Framework. Und wie eben schon gesagt, haben wir das sehr stark benutzt für alle unsere Konfigurationen, für unsere Functions im Kubernetes-Cluster. Das KIDA-Framework ist dafür zuständig, dass die Functions überhaupt automatisch hoch- und runterskalieren, wenn ein gewisser Workload steigt oder fällt. Und das war auf einmal managed verfügbar in einem Kubernetes-Cluster. Fanden wir spannend und jetzt haben wir es ausprobiert. Das heißt, wir haben uns damals die Zeit genommen, mal einen Durchstich zu planen. Was müssen wir eigentlich tun? Wie schwer oder wie aufwendig ist das eigentlich unseren Workload, der aus über 100 Functions besteht, von einem Cluster hin zu Container-Apps zu migrieren? Nochmal Recap. Unser Workload bestand größtenteils aus Händlern. Die haben automatisch skaliert auf Basis des Event-Hubs. Also habe ich viele Nachrichten, habe ich auch viele Händler gebraucht. Die zweite Form der Skalierung waren die APIs. Das heißt, wenn ich sehr viele API-Requests habe über das API-Management, dann möchte ich entsprechend genug Functions zur Verfügung haben für die Skalierung. Und das waren genau die beiden Punkte, die wir uns angeschaut haben. Der erste Versuch, der war schnell und einfach erledigt. Es sind halt Container. Es war relativ klar, dass ich alle Container nehmen kann und einfach in Container-Apps verpacken kann. Das hat funktioniert. Was fehlt? Der part natürlich mit der Skalierung. Also die Container zu migrieren, das ist einfach. Aber das Spannende war, ist die Skalierung die gleiche, die wir auch im AKS benutzen. Zu Beginn sind wir gestartet mit den Händlern. Links ist jetzt mal so eine Beispielkonfiguration. Im Detail ist gar nicht wichtig, was da steht. Aber so in etwa sah das in unserem Kubernetes-Cluster aus. Das waren so ein paar Konfigurationen für dieses KIDA-Framework. Und das Spannende war, in den Container-Apps sah es eigentlich genauso aus. Wir haben zwar hier Bicep verwendet, das musste man damals noch, heutzutage ist das nicht mehr notwendig. Aber grundsätzlich, der wichtige Punkt, das ist die gleiche Konfiguration. Da ist keine Abstraktionsschicht drüber. Das heißt, alle Dinge, die ich vorher konfigurieren konnte, die gleichen Werte, die gleichen Properties, kann ich jetzt genauso in den Container-Apps wiederverwenden. Da ist kein Layer, wo ich darauf warten muss, dass der angepasst wird, wenn ein neues Feature bei dem Framework KIDA kommt. Und das war ziemlich genial. Und das war klar, dass dennoch eine Migration funktioniert. Für die Händler war das alles kein Thema. Dann haben wir das Gleiche gemacht, für die APIs. Ähnliches Setup. Auch die APIs haben irgendeine Form von Konfigurationen gehabt in dem Kubernetes-Cluster. Spannend ist jetzt aber die deutliche Komplexitätsreduzierung in Container-Apps. Da sieht das Ganze nämlich so aus. Also, das ist ein Build-in-Feature, was ich auf einmal nutzen kann. Ich brauche gar keine manuelle oder eigene Konfigurationen mehr für KIDA. Und es hat noch einen großen anderen Vorteil. Auf der linken Seite, das sieht man jetzt hier vielleicht gar nicht so deutlich, war ich nicht in der Lage, APIs auf Null zu skalieren. Auf der rechten Seite in Container-Apps ist das super einfach zu sagen, naja, wenn ich keine Calls habe, meine API nicht benutzt wird, dann möchte ich auch gar keine Instanzen haben, für die ich zahle. Gut. Warum ist das auf einmal möglich? Wenn wir auf die Technik gucken, wie wir es gemacht haben. Im Cluster haben wir die Skalierung abhängig gemacht von dem Azure Monitor. Das heißt, wir haben historisch auf einzelne Funktionen geguckt, wie häufig werden die benutzt. Dann gucke ich mir den Durchschnitt der letzten Minute an und wenn ich sehe, der Workload steigt, dann kann ich auch entsprechend mehr Functions zur Verfügung stellen. Das Ganze ist aber relativ langsam und träge. Also wenn ich das benutze, um Dinge komplett abzuschalten, dann kriege ich das eigentlich nie wieder vernünftig aufgeweckt. In Container-Apps funktioniert das jetzt auf einmal automatisch für mich. Dafür muss ich gar nichts tun. Die funktionieren grundsätzlich anders. Das heißt, sobald ein Corel reinkommt in irgendein Proxy, in die Container-Apps, dann habe ich einen Eintrag auf einer Queue. Wenn dort ein neuer Eintrag auf der Queue liegt, startet das System automatisch für mich eine API-Function. Und das geht super schnell und das setzt mich in die Lage, auch wirklich APIs komplett abzuräumen und auf Null zu skalieren. Und wie das der Titel der Folie sagt, hat das auch massive Auswirkungen auf die Kosten. Da komme ich aber später zu. Alles in allem war das super einfach, unserem Workload von AKS in die Container-Apps zu migrieren. Und was ich auch dabei spannend fand, das habe ich noch nicht erwähnt, das Ganze konnte man machen, ohne eine einzige Zeile C-Sharp-Code zu verändern. Also unsere ganzen Functions selbst sind auf der Basis von C-Sharp entwickelt worden und ich musste an keiner Stelle da reingehen und Dinge ändern. Das ist alles nur außen herum Konfiguration gewesen. Zwischenfazit. Also wenn ich jetzt rein die Migration betrachte, AKS funktioniert gut für uns, aber Nachteil, wir zahlen für laufende VMs und die Konfiguration ist relativ komplex und aufwendig. Container-Apps bringen für uns das Serverless-Feeling mit und ich habe auf einmal ein verbrauchsorientiertes Modell, also wo ich auch wirklich nur für Computing zahle, was ich auch benutze oder brauche für meinen fachlichen Use Case. und ich weiß, die Migration ist super einfach. Also komplett durchgespielt, an allen Ecken sind wir vorbeigekommen. Ich habe eigentlich gar keine Hürden, um meinen Workload zu migrieren. Wir kriegen auch mit Container-Apps neue Dinge, die wir vorher gar nicht hatten. Also es ist nicht nur eine reine Migration. Auf einmal können wir unsere APIs auf Null skalieren. Wir kriegen neue Frameworks dazu, wie ein Depper-Framework. Das funktioniert auch super gut mit Azure Functions zusammen. Gehe ich heute nicht darauf ein, könnte ein eigener Talk sein, aber das ist nochmal spannend, dass das einfach auch da ist und nutzbar ist, ohne dass man was dafür tun muss. Und einen richtig spannenden Punkt, wie ich vorhin schon gesagt habe, das baut alles auf Open-Source-Technologie auf. Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, dieses KIDA-Framework, als wir damals angefangen haben, das in Kubernetes laufen zu lassen, haben wir aus unserem Team heraus immer wieder contributed. Das heißt, wir haben Dinge verändert in dem KIDA-Framework, weil wir das selber gebraucht haben. Also das waren einfach Dinge, die waren uns wichtig, die haben so noch nicht ganz funktioniert, wie es notwendig war und wir konnten es anpassen und hatten das auch für unseren Produktionszweck einfach nutzen können. Das hat sich für das Team natürlich toll angefühlt, dass man aus dem Projektkontext heraus Dinge an ein Open-Source-Framework kontributen kann, was dann auch so eingesetzt wird. Es ist natürlich noch spannender, wenn man sieht, dass dieses Framework mit den Änderungen, die man gemacht hat, auf einmal unter einem echten Cloud-Service läuft und auch dort weitere Contributions helfen dabei, diesen Cloud-Service weiterzuentwickeln und das, finde ich, ist ein toller Punkt. Den ganzen Durchstich, was wir gemacht haben, haben wir auch auf GitHub damals gepostet. Wir haben einen kleinen Blog dazu geschrieben, eine Anleitung, falls der eine oder andere das auch mal ausprobieren möchte. Mittlerweile ist es auch so, wir haben unseren Produktions-Workload auch noch nicht migriert, das heißt, wir haben diesen Durchstich mal gemacht, den Machbarkeitstest. In anderen Projekten allerdings sind wir gleich so gestartet. Da sind wir gar nicht in einem Cluster gestartet, sondern gleich mit Functions auf Container-Apps und das funktioniert soweit sehr gut. Ich möchte jetzt noch ganz kurz am Ende ein paar andere Dinge anführen und zwar Container-Apps in Kombination mit Functions, finde ich, hat sehr, sehr viel Potenzial. Wenn ich jetzt unten drauf gucke mit einem Kubernetes, ist das natürlich keine wirkliche Konkurrenz, weil ein Kubernetes hat immer noch eine Berechtigung, da zu sein. Es ist eine mächtige, skalierbare Plattform, es hat eine Riesen-Community, es ist voll von Open-Source-Tools, die immer wieder weiterentwickelt werden und Features liefern. Ich habe eine sehr hohe Flexibilität, ich kann nahezu jeden Workload auf einem AKS oder einem Kubernetes zum Laufen bringen. Wenn ich entsprechend Kappa habe, auch das entsprechende Know-how in Form von Plattform-Teams oder Plattform-Engineers in Projekte zu bringen. Wenn ich jetzt da drauf ein Layer packe und diese Container-Apps drauflege, klar, schränkt sich etwas die Flexibilität ein. Ich kann vielleicht etwas weniger machen als in einem echten Kubernetes, in einem AKS und so weiter. Wenn ich das aber nicht brauche und einfach nur einen Workload habe, den ich starten möchte, dann reduziert das erstmal deutlich die Komplexität und es bringt mir wirklich dieses verbrauchsorientierte Denken mit. Also ich bin weg von, ich muss mir überlegen, wie viele VMs brauche ich für meinen Workload hin zu, okay, ich weiß, dass ich wirklich nur das zahle, was ich auch wirklich verbrauche. Und es füllt aus meiner Sicht auch eine große Lücke, weil oft haben wir angefangen mit einem Softwareprojekt und wir wussten, wir wollen eine verteilte Anwendung bauen und oft hat sich in der Cloud überhaupt gar nicht die Frage gestellt, worauf lassen wir das jetzt laufen? Wir wussten, okay, wir müssen irgendwie jemanden dazu packen, der Kubernetes kennt, damit das vernünftig funktioniert. Wir haben hier mit Container-Apps eine ganz neue Alternative bekommen, wo ich auch sehr dev-lastige Teams, also die weniger das Plattform-Know-how mitbringen, schnell starten können, auch wenn sie eine verteilte Anwendung bauen wollen. Wenn ich jetzt noch einen Layer drauf packe und das finde ich halt sehr spannend, die Kombination aus beiden, ich habe meine Container-Apps, wo ich mit Containern Dinge bauen kann, ich habe da drauf aber noch den Function-Layer, das heißt, ich kann trotzdem Azure-Functions nutzen und sie in Container-Apps laufen lassen. Wir haben das vorher direkt auf dem Kubernetes gemacht, hatten dann natürlich den Nachteil, dass wir auch für den Betrieb des Clusters da, dass wir da den Betrieb des Clusters managen mussten. Jetzt auf Container-Apps in der Kombination mit Serverless und Functions fühlt sich das deutlich einfacher an, das Handling. Und dann bringt mir im Prinzip dieser zusätzliche Layer, den ich on top setze, wirklich nochmal diese Reduktion auf Business-Code und so wenig Lifecycle-Management wie möglich. Ich muss da keine Prozesse, die auf irgendwelchen Ports lauschen und so weiter starten. Und deswegen finde ich die Kombination sehr wertvoll. Und ich muss ja nicht alles auf Functions bauen. Ich kann zum Beispiel sagen, meine APIs baue ich jetzt auf irgendwie Web-APIs zum Beispiel und dass die im Container laufen. Wenn ich aber auf ein Workload aus einem Event-Hub lausche und Events verarbeite, dann nutze ich dazu Azure-Functions und kombiniere das miteinander, indem sie einfach auch in Container-Apps laufen. Wenn ich jetzt Labels dran packe, dann sehe ich, ganz unten ist die Plattform. Das Schöne ist, wenn ich das über Container-Apps mache, managt das komplett Azure für mich. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Oben drüber habe ich die Serverless-Experience durch Azure-Functions und dann ist das, so wie es sich anfühlt in der Mitte, der neue Layer, der dazu gekommen ist, so etwas wie ein Serverless-Framework. Und genau so fühlt sich das eigentlich an, wie ein Framework, auf den ich sehr einfach eine applikationslastige, also eine Summe von Azure-Functions, die eine Applikation bilden, laufen lassen kann. Der letzte Aspekt, ich will noch einmal auf die Kosten gucken, das hatte ich ja versprochen. Ich habe jetzt mal so ein Snapshot mitgebracht, sehr vereinfacht dargestellt, aber ich habe einen Workload, der bei uns tagsüber sehr stark ist und nachts deutlich zurückgeht. Wenn ich jetzt in dem Kubernetes ein zweites Chart daneben packe und auf die Kurve meiner Pots schaue, dann sehe ich, dass ich eigentlich nicht bis runter skaliere in der Summe meiner Pots. Natürlich geht die Kurve ein wenig herunter, aber eben nicht in der gleichen Ausprägung wie die Kurve links. Woran liegt das? Na, ich habe einfach ein gewisses Grundrauschen, was die ganze Zeit läuft. Das heißt, ich habe Händlers und APIs, die natürlich nach oben skalieren können, aber ich habe ein gewisses Grundrauschen und dieses Grundrauschen sind am Ende auch meine Basiskosten, die ich auf jeden Fall habe. Woran hängt dieses Grundrauschen, was wir da sehen in dieser Grafik? Das habe ich vorhin schon gesagt, das waren zum größten Teil unsere API-Functions. Dadurch, dass wir nicht in der Lage sind, im Kubernetes-Cluster unsere API-Functions auf Null zu skalieren, habe ich einfach eine große Kapazität an Ressourcen, die ich brauche, die aber eher behäbig skaliert. Der zweite Kostenpunkt sind natürlich die Nodes. Ich will eher kleinere Nodes benutzen, damit ich überhaupt einen Effekt der Skalierung habe und auch eine Kostenersparnis, damit ich auch mal Nodes wegräumen kann. Aber mit jeder Node habe ich auch gewissen Ressourcen- Overhead, den ich wiederum bezahle. Und auch, was wichtig ist, im Kubernetes brauchen wir eine gewisse Form von Überprovisionierung, damit wir Lastspitzen abfangen können. Also ich kann nicht, wenn ich neue Functions benötige, darauf warten, drei, vier Minuten, bis ich eine neue Node habe und dann den Workload darauf shiften. Das heißt, das muss sofort funktionieren. Legen wir jetzt noch einmal die Container-Apps daneben, dann haben wir jetzt gewisse Hochrechnungen gemacht, unseren Durchstich uns angeguckt und wir haben festgestellt, dass mit dem gleichen Workload, das was wir eben gesehen haben, unsere Container-Apps 60% günstiger sind. Einfach nur, weil sie nicht auf einem instanzbasierten Verbrauchsmodell orientiert sind, sondern wirklich auf ein Verbrauchsmodell, wo ich den Workload bezahle, den ich nutze. Das heißt, immer dann, wenn ich ein Call habe, bezahle ich auch. Und noch stärker ist das ausgeprägt, wenn ich jetzt auf meine Non-Prot- Umgebung gucke. Ich habe ja nicht nur eine, meine Produktivumgebung. Ich habe vielleicht noch eine Test-Development, Abnahmeumgebung, was auch immer. Und da habe ich wirklich einen Bruchteil der Kosten von einem AKS, weil ich wirklich nur das nutze, was ich auch wirklich verbrauche. Und das ist sehr, sehr gering auf diesen Non-Prot-Umgebungen. Oder wir hatten das auch schon bei Systemen, wo ich wusste, die ersten paar Monate haben wir einfach noch kein Workload, also auch auf der Produktionsumgebung nicht. Und auch da habe ich natürlich diesen Effekt, dass ich sehr, sehr geringe Kosten habe mit den Container-Apps. Und was sind auch Kosten am Ende? Die ganzen Aufwände, die ich für die Wartung und Betrieb habe für ein AKS, die reduzieren sich natürlich auch noch mal deutlich stärker in dem Moment. Zusammenfassung, noch mal drei Punkte. Ich finde, ein Kubernetes hat natürlich seine Berechtigung. Das ist und bleibt eine mächtige Plattform. Es ist natürlich auch so, dass es am gewissen Punkt ein Break-Even-Pointing gibt, wo ein Kubernetes günstiger sein kann. Je nachdem, was ich für ein Workload habe, kann ich Reserved Instances benutzen und so weiter. Das mag es geben. Aber ich finde, die Container-Apps helfen gerade unseren Dev-Teams, wirklich schneller, einfacher und günstiger auch zu starten. Also wirklich diesen Startpunkt zu finden, weil ich nicht vom Start weg ein ganzes Cluster brauche, um Dinge zu tun. Und was ich auch spannend finde, der eine Punkt, dass sich das, die Kombination von Azure Functions und Container-Apps wirklich wie so eine Art Serverless-Framework anfühlt im Handling. Genau, damit wäre ich auch schon durch und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.